Es zieht auf, dass Anderbohr Elsen führt mit dem Musikverein Osterbach. Diese Musikformation wird abgeführt von den Akkodaten von der Stadtmajor, Thomas Reyes, Holger Pimperz und Alexander Liener. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das war der Marsch zur Green Beret, vorgetragen von Tamoko Sandhasen Neuenhausen unter Lutz Vollgarten und dem Musikverein Waldenrasen. Musik 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 Ja, der Marsch passt zu unseren beiden Formationen in ein paar Frische, vorgetragen vom Stambochor Frisch auf Kapelle unter der Stambochor Heils Hess und der Bundesschützenkapelle unter der Startführung von Martin Lorenz. Musik 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 Nicht gut! Wir müssen uns auch sagen. Für uns das Schäme zur Flüge. Für die Wolken zu machen. Und der Fachmeister, das für mich wichtig zu vergessen, Ranscholling, んだst du nicht. Ja, Sie hören es schon, es sind britische Pläne, wir haben es wieder einmal geschafft. The Silver Band of the War, British Legion of Scotland ist wieder zu Gast bei uns hier ein wenig. The Silver Band of the War 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 mit der Jägerkapelle und Strahberg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Ja, einen herzlichen Dank, das Bild, der Sound und Ihr Beifall geben Ihnen recht. Was wäre ein Schützentest, was wäre das billige Schützentest ohne Musik, ohne Euch. An dieser Stelle, meine lieben Musikerinnen und Musiker, ist es mir ein persönliches Anliegen, mich ganz, ganz herzlich bei Euch zu bedanken, dass Ihr jedes Jahr wieder herkommt und uns mit Euren Klängen, mit Eurem Auftreten und mit Eurer zackigen Marschmusik erfreut. Es ist mir persönlich, als Spielmann, ein Anliegen, einfach mal Danke zu sagen. Ich weiß, was es heißt, jeden Tag über die Straße zu laufen, will ich jetzt nicht Euer einziger Schützentest, aber ich behaupte es. Musik 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 Angeführt wird das Regiment durch unsere Reicherei mit dem General Paul-Heinz Mayer, den Adulanten-Sorger Nikolai und Thomas Rathen, dem Oberst Herbert Franken, Frank Schäfer und Felix Bruch und dem Negermajor Kurt Schumacher mit seinem Adulanten Vince Dimmer. In diesem Jahr zum ersten Mal, der sich für die Futterträger mit ihrem Zugführer Sebastian Muehl, dem Zugführer Christian Höchler, seine Finistern Willi, Azuki und Kiyuki Rosta. Und hier paradiert uns noch Platzmajor Theo Hayes. Norbert lange führt seinen ersten Grenadiertzug. Norbert ist gleichzeitig auch Zugkönig. Dann ist der zweite Grenadiertzug mit Willkrieg und Lose als Zugführer. Reus fangen in diesem Jahr und König. Die Fahlenspänker der Sankt Sebastianus Bruder. Thea Maria Himmel führt diesen Druck und ist auch gleichzeitig der Königin. Das sind die Jungfünste der Sankt Sebastianus Bruderschaft. Angefühl von Jan Stier, der auch Zugkönig ist. Markus Fradi führt die Fahnenkompanie der Sankt Sebastianus Bruderschaft. Mit ihrem Bruderschaftspönig Wolfgang Bernz und der Minister Thomas Bösenmann und Daniel Bernz. 125 Jahre sind sie in diesen Jahren dabei. Und hier kommt die ASV-Fahnenkompanie mit ihrem Zugführer Frank Obding. Kein Obding ist in diesen Jahren Zugkönig. Ralf Blüter ist Zugkönig und Zugführer des Wachzugs des ASV. Heinz Ossenkampen seit 25 Jahren spielt. Und hier kommen die Armusträger. Joch der Klein führt sie an. In diesem Jahr Zugkönig Christian Sensi. Dennis Kreuzer und das die Kollax sind die Minister. Die Jägerhoffler der Wunderschönleger und Hans Halmer Freimanns. Heimatmusik Charlie Moyni Foundation Die Fahnenkompanie und Zugführer Und Anst Explorer Agora Und das ist Er Superviolent und Florianheimer Fall. Den Zugkönig Australian Missarban Wir sind hier zum Goldbich-Mariere. Keiner sagt Ostkirch in die Jungjahre-Züge. Und hier steckt sich vor die Kürbis. Alles wird sogar auch die Möpfer und die Züge sind Sabel. Alle Züge sind ob sie. Wie verklig haben Sie den Knuss hier. Rechts ein ticker Fomatz-Raus. Alle Z Coleman H neighborhoods laufen damit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Standfest, trinkfest, kriegt man nicht von den Ohren aus. Moin! Alles gut? Ja, das ist nicht schön. Ja, komm, bist du da? Moin, moin! Ganz ruhig! Ja, das ist auch noch mal. Guck dir da. Du bist so schön. Du bist so schön. Einmal mal mit dem Entrum. Ja, das ist so schön. Jetzt kommt die Volk hervor. Aber euch fehlt keiner. Totalausfall. Ihr seht es jetzt auf der Tribüne. Moin Armand. Diese Truppe, ich bitte um einen herzlichen Applaus. Wir haben dafür in Deutschland die Stüge heute Morgen wieder stehen. Alles zusammen, herzlichen Dank. Guten Morgen, lieber. Danke, Freunde. Alles klar? Ja. Eine Kombination mit den Wegener Junges. Wieso hat der eine andere Karate? Hat er nicht aufgefallen? Ihr geht nichts durch die Kontrolle. Die Ewig Letzten. Herzlich Willkommen. Die Ewig Letzten. Die Ewig Letzten. Die Ewig Letzten.